Woher weißt du, dass wir einen Hund haben? Ich habe euren PC gehackt und kenne all eure Geheimnisse. Entweder ihr lasst mich sofort frei, oder ich werde eurem Hund Lucky etwas antun. Verstanden? Woher? Ich glaub ihr nicht. Wie kann das sein? Lucky oder ich. Was, du willst unserem Lucky etwas antun? Ganz genau. Woher weißt du überhaupt, dass wir einen Hund haben? Flex ist doch ganz offensichtlich. Unsere Videos wurden millionenfach auf YouTube angeklickt mit Lucky. Stimmt, Lucky, der was wie Hund. Ja, das stimmt. Jeder kennt Lucky. Deswegen, ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Dann schau mal hier. Jeder hat das Video gesehen. Das ist der Beweis. Was hat sie da? Was hat sie da? Vorsicht, Vorsicht. Der Beweis, dass ich euren Hund Lucky mehr als gut kenne. Oh mein Gott, das ist echt Lucky. Glaubt ihr mir jetzt? Das ist von meinem PC. Woher hast du das? Tja, ich habe deinen Rechner gehackt. Oh was, du hast meinen Rechner gehackt? Ja, hab ich. Das stimmt. Dieses Bild haben wir niemals auf Instagram veröffentlicht. Einfach nur. Das ist von meinem Rechner. Das ist ein Privatbild. Ein privates Foto. Woher? Unglaublich. Freunde, damit euch sowas nicht passiert, gibt es jetzt NordVPN. Der NordVPN ist ein Programm, welches deine Identität im Internet schützt. Du fragst dich jetzt wie? Der NordVPN verändert deine IP-Adresse so, dass keiner mehr weiß, wer du bist und was du machst. Mit dem NordVPN bleibst du immer sicher im Internet. Egal wo, egal wann. Außerdem hast du absolute Gewissheit, dass deine Daten immer und überall geschützt sind. Gehe jetzt auf www.nordvpn.com schrägstich was wir und benutze unseren Code was wir. Hier steht der Link nochmal. Und erhalte 70% Rabatt für eine 3-Jahres-Mitgliedschaft plus ein Monat gratis. Den NordVPN kannst du auf jedem Gerät installieren. Sei es Mac, Windows, iOS oder Android. Der NordVPN verschlüsselt deine IP und somit surfst du immer anonym im Internet. Keiner kann herausfinden, wer du bist. Keiner kann herausfinden, was du machst. Hol dir jetzt NordVPN. Gehe dazu einfach auf www.nordvpn.com schrägstich was wir. Und mit dem Gutscheincode was wir erhältst du 70% auf 3 Jahre. Und der Link ist jetzt in unserer Beschreibung. Hätten wir das bloß gewusst, dass der NordVPN uns vor Ayowine schützen könnte, hätten wir es sofort gemacht. Für nur 3,17 Euro im Monat. Anonym surfen, egal wo, egal wann. Holt's euch, klickt jetzt auf den Link. Probiert's aus. Ayowine, dass du unser PC gehackt hast, Ayowine, ist ja einfach nur krass. Ihr habt mir einfach keine andere Chance gelassen. Okay. Verdammt, was willst du jetzt von uns? Das geht gar nicht. Komm mal her. Einfach nur heftig. Ich glaube, die hat wirklich was richtig Böses im Schilde. Ja stimmt, Flexi. Ich glaube auch. Was jetzt? Wir müssen sie hier behalten. Dürfen sie auf gar keinen Fall hergehen. Und am besten ist, wenn wir Oki oder Momo angucken. Aber stopp. Gute Idee. Ich will nicht, dass unserem Hund Lucky was passiert. Auf gar keinen Fall. Wir müssen sie freilassen. Boah. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Nein, ich hoffe nicht. Liebe nicht. Freunde, was meint ihr? Sollen wir sie freilassen? Nein. Aber vielleicht tut sie dann Lucky auch noch was an. Oder sollen wir sie hier behalten oder tut sie Lucky nichts an? Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir sollten sie hier behalten. Wie soll sie Lucky denn was antun, wenn wir sie haben? Stimmt. Sie ist hier. Sie kann Lucky gar nichts antun. Sag ich doch, wenn wir sie hier behalten. Das sind nur Drohungen. Lassen wir sie freilassen. Alles klar, Freunde. Sehen wir uns einig. Wir behalten sie hier. Hey. Lasst mich frei. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich werde eurem Hund Lucky was antun, versteht ihr? Du kannst unserem Hund nichts antun, solange du hier bist. Ganz genau. Haha, das glaubst du. Was ist, wenn sie einen Freund hat, der ihr dabei hilft? Das ist eine gute Frage. Das ist echt gut möglich. Und weißt du, wen wir dazu fragen könnten? Wen? Sag's uns. Oki? Oder Momo? Nur Momo weiß ich nicht, wo sie ist? Stimmt. Oki, wissen wir. Sollen wir uns anrufen? Ja, rufen wir Oki an. Dann ruf an. Okay, Freunde. Es klingelt. Und du bewegst dich da nicht vom Fleck. Okay, mach ich. Was geht, Jungs? Oki? Ja. Oh, zum Glück geht der ran. Hat der Ajovine geschnappt? Ja, wir haben Ajovine. Sehr gut. Der Tipp mit dem See war perfekt. Vielen Dank. Nicht zu danken, Jungs. Wie kann ich ihr helfen? Also, es geht darum, dass sie unseren Hund Lucky kennt. Okay. Und wir wollten fragen, ob sie vielleicht einen Komplize hat, der sie entwürt hat. Oder andere Geschwister. Tschüss, Idiot. Hey, 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 hey. Ajovine! Bleibt stehen, Ajovine! Hinter mir. Hier geblieben! Ajovine, bleib stehen! Wir haben noch Fragen an dich! Nicht zu schnell, Jungs. Ihr könnt mich malen. Ajovine! Wo ist sie? Hä? Ich glaub, sie ist noch da vorne gerade. Sie war doch gerade eben noch hier. Sie kann doch nicht so schnell abgehauen sein. Wo ist sie hin? Keine Ahnung, Jungs. Freunde, habt ihr gesehen, wo die hin ist? Wenn ihr sie gesehen habt, wo die hin ist, schreibt sie mal in die Kommentare unbedingt, bitte. Links, rechts, geradeaus! Das kann nicht sein. Geradeaus nicht, rechts, links nicht, left. Sie ist einfach weg. Das kann doch nicht sein. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Oh, guck mal. Ich bin in Socken draußen. Ja, richtig so. Wir müssen sie auch wieder einschnappen. Es muss ganz schnell sein. Nicht mal Zeit, um Schuhe anzuziehen. Wir können sie nicht freilassen. Aber was sollen wir jetzt machen? Wir müssen sie wieder zurückholen. Es ist wichtig. Aber wie? Aber wir haben jetzt den NordVPN. Da kannst du zumindest schon mal nicht hacken. Genau. Das stimmt. Link in der Beschreibung. Jetzt aufklicken. Was machen wir jetzt? Dann gehen wir zurück ins Hauptquartier, oder? Ja, das geht. Gehen wir zurück. Da sind wir am sichersten. Sehe ich auch so. Verschließen die Türen. Wir können nicht gehackt werden. Sie ist einfach weg. Wir können nichts mehr machen außer rein gehen. Genau so. Ist halt scheiße gelaufen. Aber trotzdem kacker. Echt so. Kommt mit, Freunde. Hier saß sie noch. Und jetzt ist sie weg. Und jetzt? Wer sitzt jetzt da? Cayman. Aber ich liebe sie. Pass. Wir alle sitzen hier. Wir haben sie verloren, Freunde. Was soll das? Wisst ihr, wo sie ist? Dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Das wäre echt sehr nett. Das kann doch nicht sein. Na ja, so ist es halt jetzt. Damit müssen wir jetzt leben. So oder so. Eine gute Frage. Brutal. Lucky ist in Gefahr. Vor allem mit Lucky. Ich mache mir echt Sorgen jetzt. Jetzt läuft sie da draußen frei rum. Kennt unseren Hund. Ja. Aber als ob sie zu ihm geht. Stimmt. Aber sie hat private Bilder geholt. Krass. Das Gute ist, zum Glück ist Lucky noch in China. Auch wenn wir ihn gerne hier haben wollen. Ich liebe Lucky. Was bald passieren wird. Keine Sorge. Aber die kann trotzdem dahin fliegen mit ner Fluglick. Wird sie aber nicht machen. Aber die wird sie niemals finden. Der Hund ist doch klug. Lucky ist klug. Stimmt. Einfachs wir, Mitglied. Lucky ist zu schlau für die dumme Ayowine. Ganz genau. Ihr beide habt komplett recht, Freunde. Eben. Das war der Hammer, ey. Gott sei Dank. Nicht weinen. Ayowine ist auch nur Ayowine. Macht ihr keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen. Alles wird gut. Alles wird gut, Freunde. Lasst mal einen fetten Daumen da, wenn alles gut wird. Und abonniert unseren Kanal, denn es ist kostenlos. Haha, die Jungs sind so stroh-dumm und haben mir die Geschichte mit Lucky geglaubt. Jetzt konnte ich entkommen und bin frei, Freunde. Trotzdem mag ich euch nicht. Aber eins möchte ich euch noch sagen. Ich würde Lucky niemals etwas antun. Ich liebe Hunde. Und Lucky ist ein super Hund. Er hat sogar einen eigenen Instagram-Account. Oh, super Lucky heißt sein Insta. Ich glaube, ich habe was weh abgehängt. Was sag ich mit Forky? War der nicht noch vorher draußen? Doch, er war draußen. Aber ich habe ihn vorhin gesehen. Der hat einen nackten Toast gegessen. So, wie ich es mag. Echt? Ja? Jeder mag Forky. Ah, hey! Hey, Forky! Das geht doch! Ich habe einen Toast gegessen. Komplett draußen. Der war ja sowas voll lecker! Gämmi, hüpfen mich mal bitte hoch. Klar mache ich das über Forky. Vielen Dank! Was geht, Jungs? Hey, Forky! Da bist du ja! Habe ich was verpasst? Du hast Eiliges verpasst! Echt jetzt? Und nicht nur Schönes. Oh mein Gott, erzählt es mir unbedingt, was ist los? Und zwar ist uns Ayurvedenwisch. Wir haben sie jetzt erst geschnappt. Da haben wir sie gefragt, verhört mit einem Lügendetektor. Und jetzt ist sie einfach abgehauen. Und das krasseste ist, sie kennt Lucky und sie hat Lucky bedroht. Weil sie unseren PC gehackt hat. Leute, ihr müsst mir glauben, ich wollte Lucky niemals etwas antun. Ich liebe Lucky. Ich schwöre auf alles. Ich hatte nie vor, Lucky was zu tun. Ich werde ihm auch nichts tun. Glaubt ihr mir? Ihr findet jetzt hier oben rechts eine Abstimmung, ob ihr mir glaubt oder ob ihr denkt, dass ich lüge. Ich muss jetzt weiter. Nicht, dass Flexi-Kamen-Game-Master mir folgt und mich wieder schnappt. Wo geht's denn jetzt lang? Ich weiß nicht wohin. Ich glaub da lang. Jetzt regnet es auch noch. Kacke. Freunde, ihr könnt ihr es glauben, Albin ist schon wieder verschwunden. Unglaublich, geht das alles wieder von vorne los, oder was? Ich kann es nicht fassen. Ich auch nicht. So was geht doch nicht. Ich wundere so eine Kuh. Verstehe ich auch nicht. Was meinst du? Ja, ich bin es genauso. Die ist drum. Ich mag die gar nicht. Okay, ja, seht ihr es, Freunde? Unglaublich. Und vor allem, wie kann sie sich das Recht rausnehmen, unseren Hund Lucky zu bedrohen? Echt so? Das gibt's nicht. Wenn wir entführt werden, okay, was anderes. Aber ein unschuldiges Tier, unseren Lucky? Albin, eine böse, böse Frau. Unglaublich ist die drauf. Ich bin auch gar nicht sicher, ob sie das wirklich machen will. Ich denke nicht. Oder war es einfach nur heiße Luft? Ich glaub, sie meint es ernst. Sie hat gebraucht. Vielleicht war es auch noch ein Ablenkungsmanöver. Ich kann es dir nicht sagen. Okay, ich werde mich jetzt bei was wir entschuldigen. Ich werde Ihnen sagen, dass ich Lucky nichts antun werde. Sie sollen nicht mit der Ungerissheit leben. Eigentlich bin ich ja ein gutes Mädchen. Aber manchmal raste ich einfach so ohne Grund aus. Okay so. Die Nachricht ist abgeschickt. Hoffentlich glauben Sie mir. Wenn Sie mir nicht glauben, dann sind Sie selber schuld. Sie haben sich das alles selbst eingebrockt. Ich gehe jetzt. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Wie konnte die blöde Kur überhaupt abhauen? Ja. Überlegt mal, sie hat einfach die Handschellen abgemacht. Echt? Und ist abgehauen. Entweder hat sie das nur gesagt, um abzuhauen. Oder sie will wirklich unserem Hund was tun. Ach, war das? Eine WhatsApp-Nachricht. Was ist? Ich habe eine Nachricht bekommen. Wie stimmt, Oki? Von wem? Unser Freund. Sag es mir. Wenn? Wer? Eivine. Was? Das kann doch gar nicht sein. Eivine? Nur Oki und die Was-Wie-Familie hat unsere Nummer. Oh mein Gott, lebe mich vor. Wahrscheinlich hat sie das von dem Hack, so als sie auch das Bild von mir gehackt hat, hat sie auch meine Nummer. Oki, die hat eine Nummer gehackt? Ja. Lese es sofort vor, ich kann es nicht aufhauen. Ja, lebe vor, lebe vor. Ja, okay Jungs, mache ich, mache ich. Dann springe ich runter. Du brauchst auch nicht runterspringen. Nein, alles gut, ich lese es vor, keine Sorge. Okay, danke. Schau mal vor, Ki. Ja? Sie schreibt. Oh mein Gott. Ich wollte Laki nie etwas antun. Es war nur ein Bluff und Ablenkungsmanöver, damit ich entkommen kann. Jetzt bin ich frei. Heftige Nachricht, ich glaube dir nicht. Boah, das ist jetzt die Frage. Ich weiß nicht, ob ich hier glauben soll, was meinst du? Ich glaube dir auch nicht. Die Frage haben wir ihr leider nicht gestellt, als wir die Lüge zu tatuern hatten. Das ist echt so. Also ich denke, sie lügt, sie ist gemein. Freunde, was sollen wir machen? Sie ist frei. Sollen wir sie jagen und verfolgen und schnappen oder sollen wir sie in Ruhe lassen? Ihr könnt jetzt hier oben rechts abstimmen. Freunde, es liegt nun an euch, was soll mit Eivine passieren? Sollen wir sie freilassen oder sollen wir sie wieder verfolgen? Ihr entscheidet. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.